Nein! Aaahhhh, Eiswoah! Ihr findet mich nie! Erkt mich nie lebend! Ich kann sogar jetzt schon sagen, die können ihn gar nicht mehr erreichen, weil sie einfach zu weit weg sind. Ne, ne. Das ist echt geil! Spring in den Fluss! WIIIIIIIIiii! Sieg! Bitches! Leute, sagt Papi wo die Sardinen sind! Wo der Tag als nächstes hätte, Jack Barrow fast geschafft hätten! Echt, ne. Es sind keine Sardinen. Das ist eine Ladevorlage. Wo ist die? Pistolenkugeln. Nein, das sind Eiswürfelbehälter. Jetzt, macht doch! Ihr liegt auf dem Tisch mit dem Behälter. Ah, wenn der Boss das sieht. Guck im Aldi. Guck im Aldi, da findet man... Nein, ich bin festgeglitscht. Warte mal, das ist doch Edeka. Edeka liebt Lebensmittel. Habt ihr gehört, Dario ist wieder festgeglitscht. Jetzt muss er sich nur noch im Telefon verwandeln. Ja, eben. Die sehen uns bestimmt nicht, oder was hab ich schon mal gesagt? Genau, die sehen uns nicht. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Ja, hoffentlich. Ach ja, genau. Nils, apropos Flachwitze. Flüstert das Telefon zur Tasse. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Nein, nein, ich bin nicht wirklich festgeglitscht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komm nicht, weil die... So, dann wollen wir mal sehen, ob ich dich finde, du festgeglitscher Wasser, du. Nein, das ist wirklich scheiße. Oh nein, das ist so eine unwürdige Art. Nein. Was los? Wie wär's, wenn wir noch, äh, als Props, Rosinen einfügen. Rosinen? Oh mein Gott. Moment. Kleine Kieselsteine. Hab Pepe gefunden. Rosinen sind du kleine Vertrocknete. Wie wär's mit Wandtexturen? Dann hol ihn dir. Wandtexturen? Wilder. Ich hab Dario immer noch nicht gefunden. Obwohl er festgeglitscht ist. Das gibt's doch gar nicht. Das ist so bitter, ja? Pepe ist weg. Pepe ist deutsch. Oh, das lutscht so hart. Ich muss ja sagen, alle machen immer das gleiche. Ich hab keinen Spot gefunden, aber ich hab das falsche gefunden. Ich muss sagen, das ist nicht so widerstandsfähig wie ein Name aus. Okay, jetzt einfach mal. Judo rein. Muss halt echt sagen, alle haben den gleiche. Dario nicht. Dario, du hast uns doch angelogen. Gib's zu. Nein, ich bin wirklich festgeglitscht. Immer noch. Das gibt's ja nicht. Wahrscheinlich in seinem Versteck. Alle nehmen diesen komischen Taschenrechner. Der war ja geil. Und keiner ist sich darüber einig, was es eigentlich wäre. Es ist ein Eis eine Vorlage, damit man darin irgendwelche Kanonen oder Pistolenkugeln herstellen kann. Ihr meint das grüne Ding? Oder was? Ja. Das grüne Ding. Das ist eine Lötplatine im Mongos. Mit dem Zeug stellt man Tampons her. Ja, das wird sein. Es steht drauf, Loading Block. Also ich bleibe dabei. Es ist eindeutig ein quadratischer Dildo. Ein grüner. Ich beweist damit die Weltformel. Für den Hintern. Das ist die Lösung. Nee, in den Hintern kommen nur eine Runde Sachen. Warte kack, macht ein Autoding hier. Oh Gott. In der Autotür. Hallo. Geht's noch? Alter, wie viel Leben hast du denn gehabt? 500.000. Ich wette, Dario gewinnt jetzt die Runde, weil er irgendwo festglitscht, wo wir ihn nicht finden. Ja, vorhin lebt er ja noch. Das gibst du nicht. Gibt's echt nicht. Also taunten musst du trotzdem, Dario. Du bist nicht vom taunten befreit. Ich hab gerade getaunt und hab den längsten. Also und getaunt, das hab ich auch noch. Okay. Ha. Oh nee, yes. Er hat den längsten. Ja, eh. Weißt du, würden alle vor unter einer Minute nicht taunten, dann wären auch bis zum Ende alle am Leben. Warte mal. Ist ja krass. Ich hab ihn. Er ist die Stoßstange. Weißt du, das ist geil. Ich kann mich nicht bewegen. Es ging einfach nicht. Wer ist denn der letzte noch? Oh, hier Kubi. Schon wieder Kubi. Den haben wir schon letztes Mal nicht gekriegt, wo er der letzte war. Oh, warte mal. Oh, Kubi, du bist auch ein hässlicher Bastard, ne? Muss man einfach mal sagen. Taunte nochmal. Jetzt trauen er sich nicht mehr. Ich glaube, er ist unter dem Laster, was voll scheiße wäre. Hey, der ist am taunten. Achso? Er ist bei mir. Ja, das ist die ganze Zeit mit diesem laughing lead, ey. Ich könnte ausrasten, ey. Dann geh halt woanders hin. Guck halt den Hunters zu. Der ist bei mir, Jungs. Bei der Brücke in der Nähe. Okay. Das Problem ist bloß, ich schön den langen taunt nicht. Also, selbst wenn der noch läuft, bitte einen zweiten oder was abspielen demnächst. Ich wette er ist unten im Wasser. Oder an der Seite von der Burke. Ich wollte nur anmerken, dass ich die ganze Zeit taunte, ne? Okay. Also, ich höre immer noch nichts. Ich höre es auch nicht. Fuck, user. Ich wette er ist dem Fisch im Wasser. Ich wette, dieser Mongo, der den langen taunt hat, tut mich einfach nur so weg. Jetzt habe ich ihn gehört so ein bisschen. Ganz kurz. Ich habe ihn nicht gehört. Ich höre ihn immer noch nicht. Ich höre ihn. Ja, ich höre ihn. Alter, oh, mega obvious, ey. Ahhhh. Hoffen, es ist er gleich vorbei. Ahhhh. Oh, meine Phrase. Hat einer ihn? Ah. Nein. Nein. Beallt euch. Perfekt. Ach, Lord. Oh mein Gott. Habt ihr neiner gesehen? Ja, hier. Ja. Ich komme. Und er leuchtet. Warum leuchtet der? Ja, er leuchtet. Wo ist er hin? Da ist er. Oh, Kubi, ne? Oh, das ist so assi. Das Ding. Ich sehe nicht. Ja, man sieht ihn schon. Ich höre ihn schon. Er kriegt keine Maus-Action hin. Fuck. Perfekt. Nein. Yes. Nein. Guter Schuss. Danke. Wuhu. Party. Wo war er denn? Wo war er denn? Wo war er denn? Äh, irgendwo in dem Gartenbereich, vor dem Haus oder so. Böses Kubi. Die Kollegen, die müssen uns mal anstrengen. Die haben das jetzt jede Runde gewonnen. Das stimmt einfach nicht. Okay Leute, kurze Quizfrage. Kurze Quizfrage. Wie heißen die Einwohner des Landes Ghana? Ghana. Ghana. Ghanisten. Nein, Ghananen. Salatfisten. Ghananen. Salatfisten. Oder Salatfisten. Da ist ein dicker Unterschied. Die heißen alle Gandhi. So schaut's aus. Wie soll das funktionieren? Also laut Wikipedia ist die richtige Bezeichnung Ghanaya. Ghanaya. Ja, hab ich doch gesagt. Was ist Kanarier? Ghanaa. Ghanaa. Ghanaaal. Ghanaaal. Ghanada. Nee, scheiße, hab ich verschrieben. Ghanada. Ghanada. So. Ah, da ist mein Pro. Wie Runden machen wir noch auf der Map? Zehn Runden auf jeder. Ach, das stimmt. Sehen sie mich nicht. Wir sind schon bei der achten, also. Lang ist das nicht mehr. Alter, ich häng so offensichtlich fest. Das ist ein Scherz, oder? Du bist... Oh, nice. Soll ich den auch wegschieben? Ja. Oh, komm schon. Darüber springen kann man aber rauf. Aber du ich nicht. Ich könnte mich dazustellen. Mach, mach. Du siehst, wo ich bin, oder? Nein. Papi hat schon zehn Leben. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Siehst du mich? Nein, ich hab mich schon getestet. Nein, ich hab mich schon getestet. Hast du mich gesehen? Komm her. Nee, guck, guck mal her. Guck mal her. Wo bist du? Ah, da... Oh fuck. Du bist gewollt. Was ist jetzt wieder passiert, Mann? Was ist jetzt wieder passiert, Mann? Einer hat direkt auf mich drauf geguckt. Nice. Einer stand vorn auf mir drauf, Alter. Auf mich hat auch grad einer drauf geguckt. War ich geil? Ich bin nicht geil. Auf mich guckt keiner an. Ich bleib hier stehen und drückt die F3. Ich will jetzt die Gum Gum Jet Gatling an. Ja, also ich muss mir noch einen neuen Platz suchen, weil wenn mich noch mal einer anguckt, dann bin ich echt geliefert. Ist voll schlimm. What the fuck? Ich hab so Schiss hier den langen Torn zu kriegen. Oh, das ist mein Platz. Oh, das ist mein Platz. Einer war hier an dem Haus drinnen oder auf dem Dach. Alter, da hattest du das, Marc? Ja, ich hab den langen Torn. Jaaaa. Geil, von meinem Platz aus kann ich die komplette Kanalisation überblicken. Da ist die, ich hab außerdem rechts fliegt gedrückt. Ja, klasse. Oh, da hat jemand einen langen. Wusstet ihr, dass die Kanalisation einmal im Kreis geht? Ne, wusste ich nicht. Will ich aber immer noch nicht. Hey Niko, taunten. 3, 2, 1. Oh, du hast die Scheiß-Karte gezogen, wa? Das wäre jetzt geil, wenn ich mich jetzt zu dir stellen würde. Aber ich kann nicht wirklich. Ich höre mal auf die laute Mucke hinten dran. Du hast so einen Stuhl, ne? Oh, Niko! Also ich bin echt Dauertranse dieses Mal. Niko, siehst du es? Boah, du burnst ein bisschen. Ah! Neu! Da ist nix. Alter, Niko! Niko! Boah, was für Zufall war das Mal, dass ich sie gefunden habe. Niko! Ich hab mich, ich hab mich umbewegt. Auf unseren zwei Schülern ruht alles. Ich weiß. Boah, wie assi ihr seid. Das Ding hat einfach angefangen zu werden. Wieso bin ich assi? Ich hab mich dreimal bewegt, bis ich hierher gekommen bin. Ne, aber dann versteck jetzt assi von euch beiden. Ähm, Blacky, ich würd vielleicht Taschenlampe ausmachen. Oh shit! Shit! Run away! Shit! Run away! Run away! Run away! Und jetzt verwandle ich in was anderes schnell! Warte, geh hoch, geh hoch! Bleib da stehen, bleib da stehen! Jetzt komm ich ins Wasser geschwungen! Da war ich übrigens vorher. Äh, vorher war ich hier. Seiner hat mir vorbeigelaufen. So, wo ich hier so gestanden bin. Verwandle ich in was anderes. So! Weil ich alle wisst, was du eine Dose bist. Versuch dich in ein Haus zu verwandeln! Das liegt doch nicht! Ah! Du! Meine Fresse! Warum bist du so... Toller Rat! Jetzt bin ich festgeglitscht! Wunderbar! Bitte sehr! Aber man muss sagen, ich seh dich! Ey Blacky, das heißt, man kann dich nicht wegbewegen. Ja, toll! Ja, das geil ist, man sieht dich nicht! Also, man kann... Es fällt echt wohl auf, Alter! Es fällt echt wohl auf! Leute, Hausparty! Das ist echt was... Das ist echt was... Das ist echt was... Das fällt ein Scheiß-Stück auf! Es fällt ein Scheiß-Stück auf! Boah, ey, nervt das! Also, Blacky, bei dir ist grad keiner in der Nähe! Du hast wirklich ein chilliges Ding! Wollt ihr mich verarschen! Blacky kann chillig! Ich will's hoffen! Schon wieder den! Nochmal Hausparty! Oh, das ist schön! Hier hinten ist einer! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Hätte ich mich nicht in was anderes verwandelt, hätten wir das gewonnen! Ihr seid schuld! Blacky, du machst einen auf Hausparty, vielleicht kommt ja so ein... Stille! Ja, aber nichts übergriff diesen einen Sekunden vor Ende-Kill von mir an Peppy! Na... Muss man schon sagen! Na ja, Peppy hat sich revanchiert! Immerhin! Na? Ja! Ähm... Nico, es wird ne schneller Runde! Was ist bei dir los? Ich bin festgemacht! Oh Scheiße! Dann haben wir die Runde verloren, oder wie? Hahaha! Hahaha! Hahaha!